Herzlich Willkommen zu einem heutigen Fahrgastrikade nach Friedenmarsch. Wir werden jetzt gleich mit dem Abfahrer arbeiten, das heißt wir stellen den ein und mal schauen, ob wir das hinkehren. Das ist gut, er fährt schon mal los. Das ist ja mal früh überwachen, er hat ja nun genug Platz, der Fahrer, das heißt es würde da, wir könnten jetzt gar nicht. Eigentlich so ein Döscherhahn, aber so ein Maishelps da. Döscherhahn Läuse Spannende fr 780 ist das der? andere wird sowieso blöd das groß geaktiviert ist ich hab nicht aus wir haben noch Poppiker dahinten Da hinten. Also das Band von 7 bis 12. Keine Räderbefunde. Grunde sieht sie aus. Hier werden wir... Speichern. Das geht noch irgendwie. So. 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 vorher kostet man hundert jetzt ein bisschen wenig jetzt wird 29 wohl auch ein guter Preis sein im Grunde müssen wir das Heide BGA kaufen da würde man entsprechend da dann könnte man da gleich die Karasse bauen das könnten wir machen das werden wir gleich tun das heißt wir werden aussteigen kurz warm ne eh heiß heute war es wieder warm dafür das jetzt morgen 33 Grad ja aber sie hat nicht viel Geld da noch mal zu sagen ja was genau ist es für Modus modulieren, texten, also F1 X Bohnen Typ aufzahlen aufzahlen tough Runde Dauri Spur vom Lkw ist Stroh Stroh würde ich eigentlich nicht entsorgen weil das wird zu schade das Lager das Lager war nämlich alle Lager war nämlich alle gewesen so dann machen wir die auch gleich weg das Gras das Gras was wir hier gemacht haben mal passen hier ein bisschen an wenn wir fahre hier ha! das ist ein Boden floppen Bohnenplatten, das sieht. Das passt. Aber wir werden hier alles machen. Oh, die Plappen sind weg. Aber erstaunlicherweise die Risse bleiben. Heftig. Und dann machen wir die Outback. Kriegen wir eine Farbe rein. Wenn die Risse bleiben, dann sehen wir die Flüte nicht mehr. Die Flüte bleiben mit der Flüte nicht mehr. Die Flüte sind eingeladen. Drei Hüte. und leicht kontrollieren bei der fahrer macht geben wir hier mit dem strobe halten das ist mir ein anliegen ja und vor allen dingen ja Ich habe die Helfer nicht entlassen. Nö, schau mal. Das ist typisch. Wie festgefahren. Oh. Wo war das? Ups. Hm. Vielen Dank. 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 So... ... 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